Schackgottester.com folgt 2187 und jetzt gibt es die Rajee Eier flüssig gefüllt und fröhliche Osterzeit genau hier hinten dann noch mal so die Zutaten erste Zutat Zucker dann Wasser Glucosesiro. Interessant, dass da Wasser dran ist. So, es hat kein Eiweiß, es ist quasi Zucker, 90% Zucker. Es ist 90% Zucker und dann Wasser. Da bin ich mal gespannt. Hergestellt für den Netto-Marken-Diskont. Da kommt so ein Tütchen. Passt das jetzt hier in die Schüssel? Ich glaube nicht. Doch, Passein. Cool. Ja, einer der total an Jelly Beans. Weiß jetzt nicht so. Mal auschecken so. Sind das jetzt unterschiedliche Geschmacksrichtungen? Da probiere ich mal die weißen. Oh, das ist ein Zuckerperl. Schmeckt wie Würfelzucker. Da kann man Würfelzucker jetzt ohne, wenn es mal nicht irgendwie Quatsch erzählt. Das ist das zuckrigste Produkt, das ich je gesehen habe. In 2187 Folgen. Ja. Vielleicht noch mal längst zerschneiden, damit man mehr sieht. Genau. Da sieht das. Ja. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Jelly Beans zu tun. Das, ähm, nur das aussehen so. Also die Form. Okay, schmeckt nach Orange. Ich muss ehrlich sagen, also wenn ihr ab und zu mal Würfelzucker isst, ist das das Richtige für euch? Ich muss sagen, das ist so krass der Abtürn. Das geht mir zu weit. Ja. Also ich bin ja wirklich ein Junkfood Befürworter. Aber das geht mir echt zu weit. Das ist Fail für mich so. Ja. Also wer hat's gegessen? Reinen Zucker. Und ansonsten fällt mir auch nichts weiter ein, was ich sagen soll. Ne. Ja. So, es ist was jetzt noch, ähm, Grazie Eggs. Wir sehen uns mit Liquid Filling. Woher ist Liquid Filling? Woher ist es? Es sieht ein bisschen wettig. Und dann ist es Suga. Also noch Nutrition Facts. So, jetzt haben wir die Nutrition Facts. Hier geht's. Es sagt 90% Sugar, Rest of es ist Wasser. Es ist Wettig. Ja. Es ist wie eine Schrauben Füllung. Die kleine Ziele, die du in die Tee oder in die Kaffe machen. Und ich finde, es ist wunderschön. Ich fühle mich. Ich habe das wirklich Junkfood. Ich habe das in meinem Leben gemacht. Aber das ist zu viel. Das ist ein Beispiel. Was ist zu viel? Ja. Es gibt different actually has different flavors, but I disliked the idea eating pure sugar, alright? so maybe I can make a fancy cocktail or something with this doing it into the mixer or something, this sort of saves the day I think, alright otherwise that's it thanks so watch